Ah, hier kommen wir aufs Dach. Nice! Nützt uns das irgendwas, aufs Dach zu kommen? Guck mal hier, hier kommen wir hin. Geocache, ne? Ja, nice, nice! Kommen wir hier aufs Dach drauf? Nee. Glaube nicht, oder? Nee, 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 kommen wir nicht. Hier können wir rüber balancieren. Na komm. Okay. Machen wir erstmal ne Lunte an. Ähm, okay, man kommt also dazu ganz leicht rein, das heißt wir gehen nochmal hoch und machen den Beutel hier, brennen den an. Und wir haben es gut. Nice! Find ich gut, find ich gut. Okay. Ich guck mich immer noch ein bisschen um. Ist hier irgendwas, wo man noch machen kann? Nee, sieht nicht so aus, ne? Ich würde aber gerne mal nach da drüben hingehen, weil... Hier kommen wir, glaub ich, hoch. Oder auch nicht. Scheiße. Scheiße! Oh, nee. Ist das doof. Ist das wieder hochlaufen, oder was? Oh, nee. Kann man da nicht hochgesprungen? Ja, doch. Guck mal. Oh, guck mal hier. Hier haben wir noch ne Truhe übersehen. Hier haben wir auch noch... Oh, ne Reliquia. Cool. Das ist ne gute Frage, Lara. Das ist ein weißes Licht. Das kann man nicht runterschießen, okay. Sonst unten noch irgendwas sieht nicht so aus. Jetzt gehen wir nach oben wieder. Wo kommen wir noch hin? Kommen wir überhaupt noch irgendwo hin? Ja, hier drüben waren wir aber schon. Oh, war da oben auf dem Dach grad was drauf? Moment. Halt, was ist das? Boah, den hab ich nicht gesehen. Den hab ich absolut nicht gesehen. Da oben... Guck mal, da oben drauf blinkt was. Wie kommen wir da hoch? Scheiße. Hm... Muss mal aufs Dach, glaub ich. Vielleicht. Wenteil. Vielleicht mal das halbe Haus zusammen. Passt, passt, passt. So, wir gehen hier aufs Dach drauf. Da lang. Und da lang. Ach, da kommen wir nicht rein von da aus. Ach, da kommen wir nicht rein von da aus. Wie kommen wir denn auf dieses Dach da drauf? Hm, 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 hm. Aber diese Stacheldinger kann man nicht wegmachen, ne? Das ist das Problem. Boah. Wie kommen wir da drauf? Keine Ahnung. Kein Plan, ehrlich gesagt. Wir können sich von da oben fallen lassen, eventuell irgendwie. Das geht vielleicht, vielleicht, vielleicht. Hm, na gut. Gehen wir erstmal jetzt hier bei dem Flugzeug weiter. Nein, 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 nein. Der ist die Fackle ausgegangen. Na, wenn ich hier oben auf das Flugzeug draufgehe, kann ich auf die anderen Seite springen, glaub ich, oder? Nein, nein, nein. Nicht verzweifeln, Lera. Das ist schon wieder so ein Baum mit so einer Strickleiter drumherum als mit so einer Leine drumherum. Was ist denn das nur? Ich habe mir erstmal nochmal eine Fackel an, weil kann man nützlich sein dann. Hier schon wieder, ja? Scheiße! Scheiße! Ich weiß nicht, was man damit machen kann. Kann ich hier dran hochklettern? Ich glaube nicht, ich muss erstmal hier hochsteigen. Ah, jetzt könnte man ja theoretisch, genau. Wir müssen noch lang. Hüpf! Okay. Ist das da eingerastet? Wann ist das irgendwelche Möglichkeiten eröffnet? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Das Dach da drüben wir auch noch drauf, das muss ich aber nicht vergessen. Hier können wir jetzt wieder nach drüben hangeln. Das will ich aber gar nicht machen. Ich möchte gerne hier nach unten springen. Um Dinge einzusammeln. Danke! So. Also jetzt können wir wahrscheinlich hier direkt dran springen. Ah, was mache ich denn nur mit diesen blöden Fackeln, die man da anmachen kann? Das nervt mich. Brauche ich noch irgendeinen Gegenstand dazu oder so? Wer weiß? Ich muss jetzt auf jeden Fall da rein. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier drüben weiter kurz. Oh, guck mal. Da ist eine Hülle. Ich komme auf jeden Fall rein. Dass es hier noch schön ist. Ah, hier geht es weiter, sagst du. Ich probiere es mal. Na, Spitze. Und jetzt? Oh, da kommen wir hin davon. Ah ne, das ist nur ein Vogel, ne? Das war nur ein Vogel. Scheiße, ey. Kann ich den wegschießen eventuell? Ne. Was mache ich damit? Das ist mir irgendwie so ein wenig unklar. Oh, ist das da drüben? Das ist ne Truhe, ne? Ja. Ah, lauter Auge hat wieder zugeschlagen. So, ich komme jetzt von hier. Was ist das eigentlich für ein komischer Fels? Hier kann ich der irgendwo hochkrabbeln? Ne. Ich komme jetzt hier nicht nach oben, oder? Wie sieht das aus? Okay. Okay. Ähm, wir müssen ja drauf da oben jetzt. Ähm, wie kommen wir denn da oben drauf? Ach, Spitze. Och nö, jetzt sind wir da unten. Vielleicht irgendwas durch den Wasserfall durch. Mal gucken. Mh, nein. Hüpp. Okay, hier schaut doch auch nichts zu sein. Ich könnte noch ein bisschen hier unten langlaufen. Vielleicht gibt es hier unten noch irgendwo was. Hier geht es, glaube ich, das ist der Tod, wenn ich jetzt hier runter springe. Sollte ich, glaube ich, nicht unbedingt machen. Komm. Spring. Dieses blöde Ding da drüben, das nervt mich total. Und hier drüben wir auch noch nicht. Hier. Auf der Seite. Scheiße. Wie komme ich denn da hin? Wenn ich hier das entgegen... Vielleicht nochmal? Es schwingt aber so langsam, dass... Du glaubst... Ich glaub da noch nicht so dran. Ach, Manu. Ich hab keine Ahnung. Da drüben komme ich auch nicht hin. Gut, dann gehen wir erstmal in die Höhle rein von dem Wolfsgrudel würde ich sagen. Weil hier ist ja nichts, was man machen kann. Schade, schade. Ehrlich gesagt. Hüpf, hüpf. Einmal nach oben. Einmal nach rechts. Dann hier durchla... Haben die sich grad jetzt umgeguckt? Hm. Vielleicht brauchen wir dann auch später irgendwas dazu, um da irgendwas dran zu machen. Aber Moment. Was war das grad für ein Geräusch? Ich höre irgendein Piepen. Was ist das da oben eigentlich? Was ist denn das da oben? Ich höre irgendein Piepen. Und da oben ist auf jeden Fall noch irgendwas. Hab ich das verpasst vorhin? Was ist denn das gewesen? Moment. Klicken wir raus, klicken wir raus, klicken wir raus. Äh, aufs Dach war das, glaube ich. Ja. Hier. Eiwilderer. Okay. Schick, schick. Einen von fünf Eiergestuhlen. Hört sich auch wie so ein Alarmgeräusch. Ich weiß nicht ob ihr das hört, aber es hört so... Äh, äh, äh. Die ganze Zeit, wenn ich da hinten in der Ecke stehe. Schön, dass die Laura immer eine Fackel zur Hand hat. Finde ich gut. Nachladen mit einer Hand. Easy. Los geht's. Oh nö. Zieh doch die Waffe, Mädel. Komm aus der Hülle hier raus, ne? Ich will nur den Rucksack. Sonst nichts. Ich hab ihn. Was war denn das gerade? Okay. Jetzt zurück zu Ross damit. Äh, da ist der Ausgang. Oder war ich noch was anderes? Nee. Das war's. Jetzt kommt bestimmt der große, böse Wolf. F... Oh, doch nicht. Doch. Okay. Okay. Lass uns erst drücken. Komm, 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 komm. F war ein Tritt. E-Mamas drücken. Mache ich. F wieder ein Tritt. F. F. Oh. E-Mamas drücken. F um mich zu verteidigen. Oh Gott, der zieht sich. Sehr schön. Große, böse Wolf. Gott. Hammer. Easy. Easy. Easy going. Hat uns überrascht. Da ist irgendwas aus der Felskante rausgekommen, der böse Wolf. Schiff, ne? Okay. Ach, jetzt wollten wir noch die Höhle hier rein. Genau. Geocache lag da rum. Alles klar. Kletterausrüstung zum Betreten. Na völlig. Alles klar. Die haben wir noch nicht, die Kletterausrüstung. Die brauchen wir noch, ne? Ja. Okay. Aber hier ist nämlich auch wieder so eine Wand. Hier. Könnte aber theoretisch ja hochlaufen, ne? Theoretisch. Komm, Lara. Lauf! Ab zu Wroth und ihm die Medikamente geben. Brauche bestimmt dringend. Gut. Dann flicken wir dich zusammen. Lauf! 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 Oh, nicht schlecht. Wo lernt eine junge Lady wie du denn solche Sachen? In der Spätschicht im Ninebells? Gegen eine Scherbe ist ein Wolf gar nichts. Hey, du hast ihn gut gemacht. Also, ich nehme mal an, dass jemand damit hoch zum Funkturm soll? Naja, es ist die beste Chance, ein starkes Signal in alle Richtungen zu senden. Hör zu. Lapa. Dieser Notruf muss gesendet werden. Und ich kann jetzt mal eine Weile nicht klettern. Ja, ich hatte schon befürchtet, dass du das sagen würdest. Du schaffst das, Lapa. Immerhin bist du eine Kraft. Ich bin nicht dieser Art von Croft. Doch, bist du. Hm, aber du wüsstest noch, Lara. Du weißt es nur noch nicht. Oh, das ist ein Steigeisen. Können wir jetzt klettern? Dann hoffen wir mal, dass ich schnell lerne. Bitte. Sei vorsichtig, Lara. Ganz klar. Noch mal einen Bergsteiger. Kletter-Axt, nice. Ah, guck mal. Du solltest die Axt erst mal an der Felswand da drüben ausprobieren. Ja, 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 verstanden. Da drüben ist auch, oh, da oben. Da bin ich ja nie hingekommen, Wahnsinn. Okay, alles klar. Wir haben aber, glaube ich, noch, ich muss mal gucken, ob wir einen Fähigkeitspunkt haben. Gott sei Dank, du hast mich trainiert. Aber Ausrüstung. Die vielen Märsche und Kletterpartien. Es ist fast so, als hätte er mich die ganze Zeit auf so etwas vorbereitet. Es ist klar, dass hier Menschen... ... ... ...